Ich wünsche allen einen wunderschönen guten Abend und herzlich willkommen. Und zwar zu Prison Architekt. Am besten wird heute direkt noch gestreamt. Ja, also für welcher ist heute der 24? Keine Ahnung. Ja doch, Sonntag auf jeden Fall. Jetzt gucke ich doch nochmal nach, weil ich mir so unsicher bin. Wetten, ich kriege jetzt hier lauter Plimplim, ihr Lumpe. Warte mal, das ist hier mal. Zack. Welcher ist denn heute, wer schön ist? Der 24. Genau, Sonntag, der 24. Erste. 2016. Das wäre der erste Stream für dieses Jahr. So, dann haben wir das direkt nachgeguckt. Richtig schön professionell in einem Ankündigungsvideo. Natürlich auf Twitch um 19 Uhr müsste aber eigentlich auch nochmal alles im Titel stehen. Wir prügeln uns hier nochmal kurz durch. Versuchen zu entkommen. Oh, Hunde. Lass ihn raus. Ja, ja, ja. Okay, jetzt lass mich hier raus. Nein, Hund, geh weg. Verdammt. Okay, also man merkt, unser Knast ist relativ sicher. So einfach kommen wir jetzt nicht raus. Wir hatten noch ein Feuerzeug. Verflixt nur eins. Naja, gut. Wissen wir auf jeden Fall... Oh Gott, stehen hier viele Wachen. Wissen wir auf jeden Fall für den Stream, was wir noch zu tun haben. Und ich hoffe einfach mal, ihr seid auch mit dabei. Ach Gott, bin ich verwirrt. Hoffentlich bin ich nachher im Stream nicht so verwirrt. Wir sehen uns dann. Bis dahin. Hau uns rein und ciao, ciao. Jetzt bringen die mich weg. Hilfe, aber es ist so schön hell hier draußen. Nicht wieder in die dunklen Zellen. Nein.